Wir servieren das Empire! Wir servieren das Empire! Gut! Hier ist noch ein Wachturm auf jeden Fall. Nehmen wir dann wohl versorgen. Und ja, das hier sieht böse aus wie eine Grenze. Aber das hier ist ein Wachturm. Und das hier ist ein Wachturm. Oh, das hier ist ein Dorf. Hier können wir Karawanen anheuern. Und die Goblin-Mine macht uns ein gutes Angebot. Und ja, ich habe gerade keine Magie mehr. Den Wachturm hatten wir schon. Noch ein Wachturm. Und da drüben ist auch noch mal ein Wachturm. Also hier sind sehr viele Wachtürme. Das hier ist noch ein Wachturm. Und das hier ist die Goblin-Mine. Ogre-Hütte, ja, warum nicht von Ogern gehauen zu werden? Macht uns doch auch großen Spaß. Hier ist nichts. Dann gehen wir noch zu der Hütte von dem Alten da oben mal. Also zur Hütte von Marak. Die Orks scheinen ja keinen Krieg mehr mit uns zu haben. Okay, Maraks Hütte können wir nicht mal betreten. Gut. Imperiale Garnisierung braucht Nahrung. Haben wir aber noch nicht genug. Wir haben nur 200. Die brauchen 300. Wir wissen nicht. Oh, no. Aim! Go where? Good. Go where? Yes, sir. Heh? We're almost there. Hm? Und natürlich kaum... Haut der Magier mal drauf. So, Steine. Oh, hier liegt was rum. Holz und Nahrung, jede Menge, okay. Die Grenze ist sicher. Ja. Ja. Gut. Wir sind fast da. Der nächste wäre der da hinten. Hier gibt es jemanden zum Reden. Wir sind fast da. Gut. Wir sind fast da. Wir dürfen den Wagen. Wir dürfen den Versorgungswagen nicht verlieren. Ein Hungerger Krieger ist sogar noch schlimmer als ein Feind. Wir sind fast da. Den zweiten Turm befindet sich im Südosten. Ja, okay. Wir sind fast da. Ja. Okay, jetzt hätten wir die Nahrung auf jeden Fall für... Da liegt immer noch Holz rum. Ja, Sir. Hm. So. Wir sind fast da. Gut. Die Grenze ist sicher. Ja, mit diesem riesigen Wall aus Spießen und Schädeln... Wow, wir sind nicht weiß. ...will ich das gar nicht bezweifeln. Hm. Ah, die Richtung. Ach, ihr seid normale Krieger sind's, gell? Schwertkämpfer. Ah, das Spiel sagt, ich kann... Es ist eine Ehre, mit einem imperialen Magier zu sprechen, die mir helfen kann. Was gibt es? Ein Freund von mir hat sich etwas Kostbares gebrochen und es nie zurückgebracht. Ich werde euch nicht darum bitten, wenn es daraus nicht so gefährlich wäre. Ich werde euch auch für euren Dienst hin klonen. Dann ja. Wo lebt euer Freund? Bei der Garrison, in der Nähe der Stadt. Oh, Uga-Hütte. Äh. Ah, was können wir noch? Schwächen wir mal den Uga. Hilft nur nicht viel scheinbar. Er macht trotzdem meine Leute tot. Oder auch nicht. Ich hätte das viel früher auf ihn sprechen sollen. Er trifft nämlich fast nicht mehr. Gut, aber mit zwei Uga-Gon will ich mich erstmal nicht anlegen. Oh, wir können aber... Stufenaufstieg. Magische Kräfte für noch einen Schnellzauber ist immer gut. Mehr Schaden und schnelleres Schnellzauber sind auch gut. Nehmen wir wirklich Verdammnis. Das hilft nämlich ziemlich gut. Wir sind fast da. Und ja, das Dorf macht mir ein Angebot. Hm. Na gut, wenn wir in der Nähe sind, dann kümmern wir uns da drum. Well, we don't know. Noch ein Uga? Ernsthaft? Wir sind fast da. Aim! Kill whom? Jetzt könnt ihr aber euer Schild verwenden, oder? Und jetzt trifft der Uga wieder viel zu gut. Nicht zu nah an die Uga-Hütte, ich will nicht die Uga-Verteidiger spawnen, nein. Geht weg, wir wollen nichts von euch. Wir sind da, 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 wir sind da Okay. Wir gehen nicht diesen Weg lang und ich eicher, sobald ich den ersten Wachtturm habe. Ich gehe lieber außenrum, also hier untenrum, anstatt durch die beiden Ogerhütten. So, gleich mal hast. Ich kapier das. Das System hier manchmal echt nicht. Oh, wir haben an den Bären schon einen Soldaten verloren. Und schön. Na gut, einen ersetzen ist zum Glück nicht so schlimm, wie das letzte Mal, wo wir drei ersetzen mussten. Ich mache mal das auf die. Das hilft nämlich dann auch ein bisschen, wenn die nicht mehr gut treffen können. Wir sind almost da. Ich mache mal das. Ich mache mal das. Ich mache mal das. Vielen Dank.